So, gut. Und was sind das für Steine? Ich werde mir diesen Stein mal markieren. So, und irgendwo muss ja auch mal wieder ein... ...ein Dings hier sein. Ein Bäumchen müsste irgendwo mal wieder sein. So. Ah, das ist so ähnlich wie die anderen Dinger. Ups. Äh, nö. Ruckelt ein bisschen. Okay. Nein! Das war jetzt nicht so klug. Äh, Mist. Nein! Ah! Ich sehe die so schlecht. Na toll. Wo kommen wir hier hin? Außerdem, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit jetzt aktuell. Was ist das? Upsi. Okay, hier ist irgendwo ein Baum. Hier muss ein Baum sein. Ja! Ein Bäumchen! Okay, schnell an den Baum. Es vibriert und wackelt alles hier. Hä, 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 hä. Nee. Da kommt man sonst nicht weiter, würde ich sagen. Also auch wieder hier. Würde sagen, ein Double Jump, Junge. Gucken wir erst mal, was auf der anderen Seite hier ist. Mhm. Hm. Wer denkt sich denn sowas aus wie? Ja. 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 Vor allem, wenn man hier einmal runterfällt. So. Sag mal, wie weit geht denn das hier noch? Aber da komme ich nicht rauf. Au, nein. Ach, Mendo, starte ich wieder von ganz Anfang. Wer hat sich denn das ausgedacht? Hä, 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 hä. So. Irgendein Grund wird das ja haben, dass das hier da ist, oder? Oh Gott. Wer denkt sich denn sowas aus hier? Okay. Oh, da oben ist ne Exerxes-Münze. Okay. Die war jetzt nicht so schwer. Bruder, ich bin schon viel schwereren Scheiß gewöhnt in diesem Spiel. Nein! Ah. Wer denkt sich denn diese Level aus? Das kann doch wohl nicht angehen. Also, wenn es hier jetzt nicht irgendwas Gutes gibt, dann weiß ich auch nicht. Ne, wie kommt man denn da durch? Sag mal. Da ist ja schon mal ein Schloss. Okay. Nein. Ah, so haben die sich das gedacht. Aber die Frage ist, warum ist hier nix? Ach, deswegen. Okay, gut. Das Schloss kann ich schon wieder wegmachen. Jetzt ist aber die Frage, das hier ist jetzt hoffentlich kein Boss, oder? Da ist schon wieder so ein Stein. Diese Steine haben doch irgendwas zu bedeuten. Da ist ein Baum. Ich gehe jetzt einfach straight zu dem Baum. In der Hoffnung, dass der hier unten ist. Ich hoffe, du magst Gefahr, Sargon. Die hier gefangene Göttin ist mehr als nur böse. Uh-oh. Das spielt keine Rolle. Wenn diese Kreatur... Azdaha. Wenn Azdaha das Geheimnis einer zweiten Chance hat, um Hassan zu retten, werde ich gehen. Kein Sterblicher ist je hineingegangen. Schreite nur voran, wenn du dir wirklich sicher bist, Sargon. Und ich würde sagen, wir safen uns einmal beim Bäumchen. Egal, wo das ist. Wo ist denn das Bäumchen? Da unten ist das Bäumchen. Und daneben ist auch ein Teleporter. Erstmal schalten wir den Teleporter frei. Und dann einmal ans Bäumchen. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ja. Ich mache es jetzt so kurze... Du hast mich erschreckt. Oh. Ich wollte gerade eine kurze Pause machen, aber... Ja, der Baum redet mit uns noch kurz. Verärgere bloß nicht Simurg. Götter wie er stecken dich bis zum Hals in Sand. Ich glaube, man muss schon sehr böse sein, bevor einem so etwas passiert. Ich rede nicht mit denen, die gegessen werden. Das macht mich traurig. Irgendwas stimmt mit dem Baum nicht. Wie dem auch sei. Ich wollte sagen, damit ist für heute Schluss. Das heißt, es geht morgen Nachmittag weiter. Wer hätte es gedacht? Auf YouTube und natürlich auch auf Twitch. Das heißt, dran denken, faufsieren, abonnieren, liken. Und wer das alles gemacht hat, wer abonniert hat, denkt dran. Drückt die Glocke. Ich sag tschüss. Tschüss. Ich sag tschüss.